Ja, ich berichte jetzt das Ammisköl für unsere Gäste an. Das ist ein viergeteilter Teller, wo wir verschiedene Komponente aufbauen. Das ist bei unseren Gästen sehr beliebt. Und da gibt es diesmal eine Tarrine mit Gemüse. So, auf die Tarrine drauf kommt also noch ein kleines Moos. So, auf die Moos kommen wir also gleich die Greckers von Fabius an. So, die zweite Komponente ist ein kurzes Moos. So, dann haben wir das Biskuste hier oben drauf. Ja, ne, hier, das Komponente. Kommt schon. Kalt, kalt drauf. Kalt. So, dann haben wir, am Ende haben wir den Ecker. Ja. BiskATION F vêle Moos F v echte Piste H Salesforce M quoting Muss auch eingefallen hier. Können wir dataseten. Wenn man das Piste hatte, kann man das Essen versuchen. Ja. Rechts hängt es auf die Seite. Und dann jetzt mit der Esser-Dolk. Und dann mit der Esser-Dolk. Und dann mit der Esser-Dolk. Und dann mit der Esser-Dolk. So und jetzt wünsche ich guten Appetit.